Ja, jetzt bleib da mal ganz ruhig. Also da muss gar nichts passieren. Vor allem dann nicht, wenn du das stoppst, diese schädliche Flut, die da auf jeden von uns dank unserer Beschreibung der Welt einfließt. Aber wir können sie ja stoppen. Es gibt Tensigreti. Tensigreti stoppt diese Flut. Und Tensigreti lässt Don Khans Beine und meine Beine und die Beine meiner Eltern zum Beispiel geschmeidig, lässt die geschmeidig statt steif werden. Das macht Tensigreti. Du kommst da an deine Energiehülle ran, wo deine ganzen Energien schlummern, die du so quasi im Laufe deines Lebens, die da abgeprallt sind, die da wie so eine dicke, fette Rinde außen festhängen. Sodass der Tonalkörper, diese Tonalglocke so ganz schwerfällig wird mit der Zeit. Wenn du diese Energien freischlägst, deswegen schlägt man manchmal auch beim Tensigreti an verschiedene Stellen so nach außen. Weil da schlägt man im Grunde gegen dieses äußere Konglomerat, sodass wirklich das runterfällt wie Scherben. Und von unten wird es dann zermalmt über die Füße und wird wieder nach oben durch Bewegungen, die es nach oben bringen, wieder über den ganzen Körper verteilt und unseren Chakren, unseren Energiezentren wieder zugeführt. Also das kann ich dir wirklich sehr empfehlen, das über Tensigreti zu machen. Ich habe mir ja die Mühe gemacht, das Buch gekauft und habe das dann über das Buch versucht zu lernen. Das ging aber gar nicht so gut, weil das total kompliziert war, diese Bewegungsabläufe. Dann habe ich Kanäle gefunden, die das vorgestellt haben, unter anderem die Toltex-Kohl, die ist einfach super. Die bleiben auch anonym, die ziehen sich irgendwelche Säcke über den Kopf und machen die Bewegungen, sodass es wirklich nicht so nach außen geht, sondern es geht um die Kraft der Bewegungen. Es ist fantastisch. Also Toltex-Kohl kann ich dir empfehlen. Man kann sogar, wenn es dann schon so weit ist, dass man nur noch im Bett liegt und sich gar nicht mehr rühren kann, fast, oder krank ist, dann gibt es sogar verschiedene Bewegungen, die du im Liegen machen kannst. Das sind Codes. Das sind wie Codes, die du quasi, wo du öffnest. Und dass die Kraft und die Macht hat, Strukturen zu durchbrechen, da muss eben auch, das ist eine Sensibilisierung des Energiekörpers, das lohnt sich, das täglich zu machen und zu üben und zu praktizieren. Nicht umsonst haben die ganzen Nagual-Züge das täglich gemacht. Das war Pflicht, das war absolut wichtig, dass die sich darin üben, weil du schärfst deine Wachsamkeit und vor allem, du erreichst deinen Energiekörper und deinen physischen Körper. Da sind alle Erinnerungen gespeichert. Das heißt, da kommst du ran an alles. Und das ist das Tolle, wenn du den erwecken kannst, wenn du darauf sensibilisiert bist, weil du es täglich versuchst und einfach nicht aufgibst, dann ist es so wirklich diese Beharrlichkeit, die dich auch da wiederum ans Ziel bringt, gepaart mit einer Öffnung, das ist wie, Ja, Don Juan spricht von einem versunkenen Schatz, der Menschheit. Das gehört uns, das ist unser Erbe. Wir wissen es nur nicht. Ten Secreti ist das Erbe der Menschheit. Es wäre schade, wenn man das einfach so unbesehen am Grund liegen lassen würde.